Zuletzt bei Luigi's Mansion 2. Tief im Bergwerk unter der Schneevilla verwenden Bohus rote Kristalle aus den Minen, um Geister stärker zu machen. Professor Egitt vermutet einen intelligenten Kopf hinter der gesamten Aktion, aber weder Luigi noch er wollen aussprechen, um wen es sich handelt. Heute geht es für uns über den großen Abgrund. Was damit genau gemeint ist, werden wir erfahren. Hey Freunde, willkommen zurück bei Luigi's Mansion 2. Der Schock saß beim letzten Mal tief, als wir gesehen haben, wie viele Juwelen wir verpasst haben. Und einen gibt es tatsächlich noch in Mission 1. Und zwar, wenn wir hier reingucken, sehen wir, dass da ein Juwel ist. Und wenn wir den anschauen, kommt da eine Fledermaus, nimmt den mit und wirft den in dieses Fass. Und wenn wir jetzt die ganze Mission zu Ende spielen, dann werden wir in diesem Fass wahrscheinlich das Juwel finden. So, wir sind auf der anderen Seite und hier glitzert es auch schon drin. Zack, da ist er. Und dann müssen wir jetzt noch in der nächsten Mission am Anfang einfach auch noch zwei finden. Halten wir einfach mal fest, dass man in den ersten zwei Missionen zehn Kristalle findet. Das kann man als Blindspieler nicht ahnen. Real Talk. Freunde, jetzt weiß ich natürlich, dass ich kein Blindspieler bin. Ich bin jetzt übrigens in Mission zwei. Aber ich orientiere mich natürlich trotzdem so ein bisschen daran. Vollkommen egal. Wir wissen aber, dass wir zwei Juwelen finden müssen, bevor wir zur Eisrutsche kommen. Aber die ist doch quasi schon um die Ecke. Also, also, wo, 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 wo soll denn hier noch was sein? Ich, ich bin, ich bin so überfragt. Wo zur Hölle hier noch irgendwas sein soll? Es ist, es ist wirklich skurrilig. Ich schwöre bei Gott. So, das, das Juwel. Aber das ist mir relativ egal. Die Eisrutsche ist gleich im nächsten Raum. Wo soll denn da noch was sein? Verdammte Scheiße. Ah, warte mal, ich kann hier rein. Konnte ich da früher auch schon hin? Ja, das ist der Außenbereich. Verdammt. Oh, ich hab doch keinen Schimmer. Zwei Juwelen. Zwei. Lol. Hier in diesem Raum steckt der jetzt einfach im Eis. Hä? Ähm, okay, der ist da jetzt einfach so. Der war in der letzten Mission nicht da. Der, 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 den hat da jetzt jemand reingesteckt. Alles klar. Äh, man muss ja einfach massiv Bugtraining betreiben. Aber jetzt die Frage, wie kriege ich den da raus? Ich muss ja irgendwie extra Gewicht aufs Eis bekommen. Um den da irgendwie rauszukriegen. Und ich weiß es gar nicht. Ich kann ihn nicht rausziehen. Ich brauche irgendwie extra Gewicht auf dem Eis, dass das kaputt geht, habe ich das Gefühl. Da, hier, da. Schaut mal, ich kann da irgendwas erscheinen lassen. Irgendwas kann ich hier erscheinen lassen, Moment mal. Oder irgendwas, was war da? Ne, ein Pfeil, hier hin. Da. Die Axt. Okay. Und dann rattert die eventuell da aufs Eis drauf oder so? Oder ich weiß es nicht genau. Ne, ah. Aber damit kriegt das extra Gewicht aufs Eis, Freunde. Zack. Bäm. Wir haben es kaputt gemacht. Und damit haben wir schon mal den Kollegen. Das ist die zwei. Aber ich komme auch nicht mehr hoch. Obwohl, doch, ich kann den Aufzug noch verwenden. Da muss der noch oben im Anfangsbereich sein, oder? Ich werde das Ganze mal weiter beobachten, Freunde. Aber es ist wahrlich skurril, was hier passiert. Oh, wow. Was geht denn hier ab? Ach, das ist noch der Einbruch vom letzten Mal. Da, wo wir mit dem Tod runtergefallen sind. Okay, aber... Juwel scheint hier nicht zu sein. Ich kann mich hier auch nicht fortbewegen. Also denke ich mal nicht, dass der hier ist. Oh, lol. Warte mal, warte mal. Ich habe hier ein Hühnchen, Freunde. Moment. Moment. Das war, glaube ich, in der ersten Mission nicht da. Vielleicht muss ich das braten. Äh. Das Hühnchen ist weg. Da ist es, da ist es. Kann ich das verbrennen? Kann ich das braten? Oder mit dem irgendwas schmelzen? Weil das brennt nämlich immer noch. Vielleicht kann ich damit... Ja! Ich kann das hier schmelzen. Auch das Gemälde hat sich geändert. Hä? Aber das ist doch ganz weird. War es nicht normalerweise immer so, dass man jedes Juwel theoretisch in jeder Mission finden kann? Oder liege ich falsch? Also in den älteren Willen. Weil hier ist es jetzt so, dass sich in dieser Mission einfach Dinge komplett geändert haben. Und nur hier möglich sind. Ha! Aber okay. Ähm. Ist ungewohnt. Wahrscheinlich habe ich deshalb diese Orte auch nicht untersucht. Weil ich dachte mir, an Orten, wo ich schon war, warum sollte da nochmal was Neues sein? Irgendwie war das für mich dann so abgehakt. Aber da lag ich wohl falsch mit. So. Und nach über 23 Minuten nochmal die gleichen Missionen spielen. Also das kann ich jetzt schon sagen, dass ich das im Fazit ankreiden werde. Dass man die gesamten Missionen nochmal spielen muss, um eine kleine Sache nachzuholen. Sind wir wieder ready weiterzumachen. Und wir gehen in D3 über den Abgrund. Heureka. Das Paraskop hat sowohl das finster Mondstück als auch den Geist geortet. Der ist bewacht. Du musst nur flugs eine bodenlose Schlucht überwinden. Kleinigkeit. So schnell geht's. Luigi, ich wollte es mir ja nicht nehmen lassen, deine Supergeister-Stante-Pede zu studieren. Aber das musste warten. Ich habe nämlich just eben das Finstermundstück geortet. Und da habe ich euch gleich noch eine kleine Geschichte zu erzählen. Überraschenderweise stammt das Signal von außerhalb der Mine aus dem alten Werkhaus. Muss ich irgendwas drücken? Ja, ich muss hier was drücken. Dieses Werkhaus liegt jedoch jenseits der Schlucht und die Voxelstation springt nicht an. Zum Glück wusste der Toad, den du gerettet hast, wie man die Schlucht überwinden kann. Er meinte, man könne mit der Seilbahn kinderleicht bis zur Tür des Werkhauses fahren. Das Wetter wird zwar immer schlechter, aber so dürftest du rasch ans Ziel kommen. Du musst nur zur Seilbahnstation laufen und einsteigen. Schon bist du im Nu drüben. Wunderbar einfach, oder? Ich melde mich gleich auf dem Duo-Spuckofon, wenn du dort bist. Deine gute Fahrt, Luigi. Ja, das wünsche ich doch auch, Meister. Ja, und damit willkommen zurück. Und ich habe eine ganz spannende Geschichte, die mir unter den letzten Parten in die Kommentare geschrieben wurde. Und zwar muss es wohl im Laufe der Luigi's Mansion 2 Entwicklung Engine Probleme gegeben haben. Oder eine andere Form von Problem. Also die Entwicklung muss wohl irgendwann nicht mehr so gelaufen sein, wie geplant. Wodurch die vierte Villa ziemlich gelitten hat. Denn es gibt wohl nur drei Level und danach direkt den Boss. Das erklärt auch diesen prompten Story-Wechsel. So, wir gehen da runter und es ist irgendwie total crazy und die pimpen ihre Geister. Und dann, hey, ich habe das Finstermont-Stück gefunden. Ende. Also ungefähr wirkt das ja gerade. Und das Spiel sollte wohl ursprünglich schon 2012 released werden. Wurde dann aber tatsächlich nochmal auf 2013 verschoben. Eben wegen besagter Probleme. Und, ähm, daraufhin wurde dann quasi auch, äh, ja, die vierte Villa dadurch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Dadurch gibt es eben dann auch eben in den ersten zwei Missionen jeweils fünf Juwelen. Weil man die halt einfach irgendwo unterbringen musste. Und ja, wenn man das natürlich jetzt so weiß, ergibt das natürlich ein bisschen mehr Sinn, sag ich mal. Und man weiß, warum gewisse Designentscheidungen getroffen wurden. Äh, weird ist es trotzdem. Und warte mal, kann ich dich durch eine Tür mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Aber den Aufzug kann ich auch nicht verwenden, oder? Kann ich irgendwie Feuer machen? Nee, weil es irgendwie so, so weird ist. Ah, warte mal, doch, ich kann Feuer machen. Oder? Oder falle ich da jetzt runter? Nee, ich werde... Ah, hallo. Ich werde hochgebracht. Hochgebracht. Sehr interessant. Endlich kommen wir hier mal ins obere Stockwerk. Okay. Dann schauen wir uns hier mal ganz genau um. Weil wenn das jetzt vielleicht die letzte Story-Mission ist, wenn der Kommentarschreiber recht hatte, dann, äh, muss es in dieser Mission auf jeden Fall nochmal drei Juwelen geben. Und, äh, ich bin natürlich erpicht darauf, diese zu finden, Freunde. Und hier ist leider nur Geld. Ich hatte jetzt vielleicht... Ich hatte jetzt gehofft, dass wir hier vielleicht schon den ersten finden, ne? Aber ja, ich werde auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten. Das sage ich euch. Und hier... Ah, warte mal. Ich muss diesen Kronleuchter erst hochfahren, damit er sich hier oben das Feuer holen kann. Um ihn dann wieder runter zu pusten, ne? Und da kann er dann sozusagen das Ganze schmelzen. Yeah. Richtig gut. Aber sonst gibt es hier oben, glaube ich, nichts mehr für mich zu tun. Hier ist auf jeden Fall auch nichts steckt oder so. Nee, passt. Dann verziehe ich mich wieder. Und wir gucken uns hier um. Ich meine, ich könnte jetzt... Ich meine, wir sind am Anfang gelang draußen und... Also, überall kann noch irgendwas passieren. Es ist irgendwie sehr weird, dass man... Dass irgendwie bereits abgeschlossene Räume nochmal Juwelen bekommen können. Deswegen schaue ich mich jetzt trotzdem mal ganz kurz hier um. Aber das sieht sehr gleich aus. Und, ähm... Ja. Nee, hier drin sieht alles sehr ähnlich aus. Die Fische hängen noch, der Eimer hängt noch. Nee. Okay. Ich hoffe einfach mal, dass hier jetzt alles gleich geblieben ist. Und dass ich die Chance, die restlichen drei Juwelen zu finden, vielleicht jetzt an den Orten bekommen, die wir neu bereisen. Nein, ich will jetzt auch nicht zu sarkastisch sein. So, das ist okay. Das ist okay. Ich bin auch gespannt, wie die letzte Welle ist. Bitte spoilert mich nicht, wie viel Level die hat. Ich hoffe, die wurde nicht von diesen Entwicklungsproblemen betroffen. Das wäre nämlich ärgerlich. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, hier den Lift wieder aktivieren. Ich mach das schon mal von hier. Damit wir dann quasi mit Hilfe des Lifts wieder da hochfahren. Haben wir alles schon gemacht. Und, äh... Hier geht's dann nämlich zu der anderen Seilbahn, die wir schon gesehen haben. Da war nämlich in dem Nest, äh... Da haben wir aus dem Nest, äh, das rausgezogen. Oh, schau mal, das ist eine Bombe. Ja, auch hier hat sich schon das getan. Okay. Da kann ich noch mehr springen. Ups, jetzt hab ich hier reingeguckt. Wäre das Juwel jetzt nochmal hier drin? Ja, okay. Das wäre nochmal da. Hä, aber voll skurril, dass es dann so früh gelistet wurde. Äh, also, I don't know. Erzählt mir, was ihr wollt. Aber, aber die Auflistung der Juwelen in dieser Villa ist wirklich ein bisschen... Die ist ein bisschen weird. Ah, wenn wir ein bisschen Glück haben, Guys. Dann finden wir jetzt hier eventuell... Die erste. Ah, warte mal. Die Bombe ist, glaube ich, in dem Schneehaufen, oder? Ist die hier drin? Ja. Sehr geil. Ah, nee, warte mal. Das gehört zur Story. Ich glaube, ich soll gar nicht die Seilbahn nehmen, die ich gefunden habe. Sondern ich glaube, das Spiel wäre, dass ich hier diese Bahn nehme. Aber was ist denn da mit der anderen? Oh! Ähm. Okay, du siehst echt eklig aus. Die haben nochmal Ketten drumherum. Die sind nochmal heftiger, oder was? Was ist denn mit euch los? Ich meine, die legen jetzt alle die Ketten an. Hm. Und ich muss die jetzt jagen. Okay, alles klar. Na dann. Wollen wir ihnen doch mal folgen. Jetzt sagt mir, Professor Igitt, was wir zu tun haben. Oh. Hallo. Hi, Lea. Dieses Ketten. Das sind wahrhaftige Geisterketten. Sie sich nur lösen, die man die Geister fängt, die sie geschaffen haben. Ach, echt? Boah, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Danke, Professor Igitt. Bester Mann. Hahaha. Okay. Ich schaue mich jetzt auch nochmal hier drüben. Und wie gesagt, irgendwie dieses sich nochmal an Orten umgucken, wo man schon war. Scheint ja irgendwie ganz angesagt zu sein. Ich sauge jetzt hier den ganzen Shit ein. Was ist hier? Oh. Ein Batzen Geld. Da sage ich doch nicht nein. Und das schönste Fledermäuse verwandelt sich ja auch nochmal in Cash. Das nimmt man doch immer gerne mit. Und wie gesagt, ich erkund jetzt hier nochmal diese Orte ganz genau, weil irgendwie ganz vertrauen tue ich denen nicht. Und hier ging es ja normalerweise in diesen Bonusraum. Ich weiß nicht, ob das lohnt, das jetzt nochmal abzuchecken. Ich spreng das einfach nochmal. Ich glaube nicht, dass da was ist. Aber einfach der Vollständigkeit halber gucke ich nochmal nach. Ja, hier ist nochmal diese Zeitkapsel. Saugt ihr mich nochmal in die Bonus-Stage? Nee, ist einfach nichts mehr drin. Okay, alles klar. So, aber hier ist der erste Broski, den ich erscheinen lassen muss. Nee. Ah, warte mal. Ich muss hier wieder mit den Bomben arbeiten. Wir sprengen hier jetzt erstmal wieder. Alles klar. Hey, Bro. Ich kann den Shit hier jetzt ein bisschen lösen. Aha, hier haben wir schon mal zwei Geister. Euch nehme ich doch gleich mit. Der hat mich getroffen, aber ich habe auch ihn getroffen. Oh, Moment. Hey, mit dir. So. Okay, er schlabbert nochmal. Oh, jetzt ist auch der Bro da. Alles klar, 300 Leben. Okay, jetzt hat er mich wieder gebounced. Der hat mich irgendwie so zu sich her gezogen. So ein bisschen in Bewegung bleiben. Okay, er hat mich nochmal getroffen. Mann, ey. Die Sau. So, ausweichen. Nochmal ausweichen. Und jetzt, Bäm. 50 Leben. Let's go. Und damit ist die erste Kette gelöst. Aber ich habe jetzt so Angst, dass in diesen Räumen, wo ich jetzt nochmal so frisch unterwegs bin, dass hier nochmal irgendwo Juwelen sind. Die ganze Villa hat jetzt mein komplettes Vertrauen verspielt. Das ist... Oh, hallo Knochen. Ja, ergibt Sinn. Wir haben über 200 Münzen. Ich traue jetzt nichts und niemandem mehr. Das ist ein ganz weirdes Gefühl. Aber naja, was soll man machen? Ich hoffe aber einfach mal, dass vielleicht die letzten drei Juwelen irgendwie noch so... I don't know. In neuen Gebieten sind. In Räumen, in denen wir bisher noch nicht waren. So da, wo man sie irgendwie auch erwarten würde, wenn ihr versteht, was ich meine. Aha. Aber hier kann ich noch was spawnen lassen. Sehr interessant. Wo sind die jetzt gespawnt? Sind sie auf der anderen Seite gespawnt? Boah, wie fies. Okay. Das könnte ein Juwel sein. Das ist auch ein Juwel. Und das ist halt, glaube ich, das nächste. Oder? Das ist auch das nächste. Okay. Okay, Freunde. Zwei noch. Zwei müssen von uns noch gefunden werden. Wir können das schaffen. Wir können das schaffen. So, Rutsche ganz genau im Auge behalten. Ob sich hier irgendwas verändert hat. Oh, Gold. Und zwar eine ordentliche Menge Gold. Okay, ich werde die Rutsche auf jeden Fall nochmal rutschen. Das weiß ich jetzt schon. Einfach, um sich hier auch alles anzugucken nochmal. Ob sich hier irgendwas geändert hat. Hier kommen jetzt, glaube ich, hoffentlich noch die ganzen Goldbahnen runter. Äh. Hallo? Oder habe ich die auf der Rutsche eingesammelt? Nee. Die Goldbahnen sind verpufft. Äh. Stabil. Danke auf jeden Fall dafür. Äh. Fühlt sich motivierend an. Ah, das ist wieder. Aber da kriegen wir Geld für, Freunde. Da kriegen wir Geld für. Ich bereite mich schon mal vor. Puls. Das sind nämlich drei Mäuse auf einmal. Ähm. Obwohl, nee. Also ich meine auf der Rutsche. Ich denke nicht, dass da jetzt noch irgendwas ist. Muss ich da nochmal dran saugen? Nee. Aber die Tür ist weg. Aber wollte ich gerade sagen. Hä? Irgendwas passt doch jetzt hier nicht ganz. Und ich weiß ganz genau, was hier nicht passt. Yeah. Und hier ist ein weiterer dieser Geiste. Das ist ja so ein Bild. Da sind jetzt auch immer noch nur Münzen drauf. Da haben sich jetzt noch nicht, äh, weil man auch Juwelen versteckt, wie auf dem Bild im Eingangshof. Guck mal, wie komme ich denn jetzt an den Kollegen ran? Muss ich denn irgendwie... Ah! Ich muss den Kollegen erscheinen lassen, dass der da rein sticht. Mhm. Hi. Oh, what? Was machst du denn? Du Sau. Der lässt noch Freunde rein. Ich hab dir nicht erlaubt, Freunde einzuladen. So, dann nehmen wir erstmal den Lappen hier. Scheiße. Bäm. Beide auf einmal. Ist ein 3? Hä? Woher? Der dritte? So, du kommst her. Und jetzt kommt ihr beide her. Jetzt hat ihr nämlich gar nichts mehr zu melden. Jetzt ist immer schön rote Einsaugung für die ganzen Goldbarren hier. So, und jetzt traut er sich auch, ja, 100 Leben auch noch durch die Ketten dazu bekommen. Holy shit, ey. Die kriegen auch echt immer mehr KP. Aber das heißt, ich kann auch mehr rote Aufladung machen. Und dann nicht mehr Geld bekommen. Also dementsprechend will ich mich erstmal gar nicht beschweren. Bäm. Und jetzt müssen wir nur den schnellen Weg nach oben wiederfinden. Nachdem wir uns jetzt hier schon ein bisschen umgeschaut haben. Warte mal. Ich muss trotzdem immer noch alles gut im Auge behalten, Guys. Ob hier nicht vielleicht doch noch irgendwas aufgetaucht ist. Oder was verschwunden ist, besser gesagt. Ah, okay. Warte mal. Der Pfeil zeigt uns, dass wir die Ritterrüstung spornen sollen. Weil das erste Jubiläum war ja auch in dem Gegenstand, der verschwunden ist. Dementsprechend müssen wir jetzt hier einfach ganz genau aufpassen. So, auch hier kann eventuell nochmal irgendwas Neues im Hintergrund passieren. Da bin ich jetzt mal ganz, ganz, ganz vorsichtig. Da greifen wir nochmal einen ganz genauen Blick überall hin. Sieht sehr leer aus alles. Dahinter war ein Juwel, welches wir bereits haben. Da ist einfach nur ein bisschen Geld. Und Fledermäusel-Juwel auch noch ein Geld. verwandeln können. Aber das Geld ist out of reach, leider. Das ist aus dem Aufzug rausgeflogen. Okay. Reggie, du weißt doch schon, was da passiert. Oh nein! Wow! Damit konnte niemand rechnen. Okay, hat sich hier in diesem verrückten Raum nochmal was getan? Ne, die Lampe ist immer noch da. Die hängt noch. Ach, hier sieht noch alles schnieke und normal aus. Jo. Genau, und ich glaube, diese Lampe hier nach oben und unten führen, das hat uns, glaube ich, nur Geld gebracht. Haben wir da nicht so Fledermäuse rausgelockt? Ja, irgendwie sowas. Okay. Aber halte ich jetzt einfach mal nicht weiter für relevant. So, und jetzt brauchen wir einfach schleunigst wieder einen Weg nach oben. Ich gucke mich jetzt nochmal kurz hier um, ob jetzt hier in dem Raum irgendwas verschwunden ist. Wie gesagt, ich habe halt irgendwie das Vertrauen jetzt verloren. Also irgendwie ist es lästig, jeden Raum nochmal überprüfen zu müssen. Guck mal, der ist nämlich verschwunden. Aber auf der anderen Seite halte ich es irgendwie auch für sinnvoll. So. Wir werden jetzt nämlich den Kollegen kochen. Oh, der Buhu. Stimmt, den gibt es ja auch noch. Ich bin sehr regen, Buhu. Und du siehst gleich kunterbunte Sterne. Lol. Den Kollegen habe ich ja voll vergessen, dass es den auch noch gibt. Oh, yeah. Oh, voll gut, dass wir den gefunden haben, Freunde. Ich versuche, den da hinten ins Eck zu schießen. Schade, hat nicht funktioniert. Da müssen wir auf jeden Fall hier zweimal drauf böllern. Aber ich bin schon ready. Ich wollte ihn da in diese kleine Lücke reinschießen. Aber es hat leider nicht so ganz funktioniert. Da, genau, da wollte ich ihn drin haben. Da wollte ich ihn drin haben, aber da habe ich vorhin nicht getroffen. Geil. Okay. Dann haben wir den schon mal. Das ist eine gute Sache. Und wisst ihr was? Wir spielen den Shit jetzt gründlich. Wir spielen den Shit jetzt gründlich. Und deswegen prüfen wir jetzt hier alle. Warte mal. Was steckt da in der Wand? Was steckt da in der Wand? Das ergibt, also, sind das irgendwie eingefrorene Kohlestücke? Das sieht für mich aus wie ein nicht fertig 3D-modelliertes Kohlestück. Das sieht aus, ob da noch so ein Modellierraster drauf wäre. Aber ich glaube, das soll Eis sein oder ich... So ganz verstehe ich es nicht. So ganz verstehe ich nicht, was das sein soll. Aber, hey, alles gut. Das ist bestimmt ein Stilmittel und nicht unfertig programmiert. Aber das sieht doch wirklich so aus. Okay. Wir reden da nicht weiter drüber. Also, weiter geht es auf jeden Fall für mich in dem Raum, weil da der Teleport nach oben ist. Ich kann jetzt doch mal hier reinschauen. Vielleicht sehen wir ja hier zufälligerweise einen Kristall oder so. Oder ein Juwel. Aber es sieht nicht so aus im ersten Moment. Den Raum untersuchen wir gleich noch. Jetzt schaue ich aber trotzdem noch kurz hier nach. Die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach noch. Uns auch noch diesen Raum einmal anzuschauen. Und selbst wenn hier nichts ist, haben wir einfach die Gewissheit, dass wir hier nichts verpasst haben. Und das ist einfach das Wichtigste. So, die Maschine läuft hier noch. Vielleicht kann ich da noch irgendwas tun, wenn ich nochmal dran ziehe. Nee. Verschwunden scheint hier auch nichts zu sein, oder? Nee. Okay. Dann hoffe ich einfach mal, dass wir hier nichts verpasst haben. Und wir düsen wieder nach oben. Um dort dann anschließend weiterzusuchen. Zwei fehlen uns noch und ich vermute, die sind noch beide in der Mission. Wir haben immer natürlich noch diese Seilbahn, diese Gondel, in der auf jeden Fall noch was sein kann. Und ich weiß auch nicht, wie viel Level nach der Seilbahn noch kommt. Das werden wir dann noch herausfinden, ne? Aber auch hier scheint nichts zu sein. Okay. Dann verlassen wir den Kristallbruch wieder. Ja, wir haben den Buhu mitgenommen und wir haben einen Juwel gefunden, ne? Also prinzipiell eine Sache, mit der man arbeiten kann. Wow! Als ob man den einfach... Man kriegt den einfach geschenkt. Man kriegt den einfach geschenkt. Ja, danke. Äh. Ungewohnt. Aber, okay. Gäbe es einen anderen... Ja, man hätte einen anderen Weg zurückgehen können. Doch, man kriegt... Man hat dieses Juwel als Belohnung dafür bekommen, dass man den Weg unten lang gegangen ist und durch das Portal gegangen ist. Man hätte auch die Rutsche durch das Portal wieder hochgehen können und dann den normalen Weg gehen können. Okay, verstanden. Verstanden. Das ist die Belohnung dafür. Aber mir wird gerade angeteckt, dass im Erdgeschoss der letzte Geist ist. Das muss... Ach, hier in dem Raum, wo wir sind, ist der. Lol. Okay. Das ist dieser Rote. Ah, hier. Da wackelt's. Ey, aber geil. So, und das letzte Juwel ist dann, wie gesagt, vielleicht einfach... Oh. Ups. Das letzte Juwel ist vielleicht dann einfach irgendwie so da, wo die Seilbahn uns hinführt oder so. Das wäre auf jeden Fall cool. Aber wir... Oh shit, den grünen habe ich nicht gesehen. Wir sind auf jeden Fall noch auf dem richtigen Kurs. Und das fühlt sich gut an. So. Ich nehme ja auch noch mit. Oh, der hat noch ein rotes Schild. Zack. Du kommst auch mit. Kommt jetzt der Big Papa? Ja. Jetzt kommt der Big Papa. Aber insofern er alleine ist, ist er in keinem Weise eine Herausforderung. Weil Geister alleine können... Sobald die ja einmal in unserem Zoo sind, können die sich ja nicht mehr wehren. Na, das ist das Krasse. Bam. Und eine rote noch. Das Cash nehme ich mir auch noch mit. Und damit ist die Seilbahn offen. Sehr schön. Gut gemacht. Das war die letzte Kette. Endlich mit der Seilbahn fahren. Schnell zur Station. Ja. Ich hoffe nur so sehr, dass ich nichts verpasst habe. Ich meine, das letzte Weg kann auch immer noch in der... In der... Im Boss-Level sein. Die Möglichkeit gibt es auch noch. Aber das weiß ich natürlich nicht, ne? Das weiß man natürlich nicht. Man muss da vertrauen. Aber nachdem jetzt das vorletzte Juwel so kurz hier oben war, fühlt es sich nicht so an, als ob jetzt das Pilz-Juwel, was ja immer das letzte ist, auch noch irgendwie in dem Gebiet jetzt sein würde, ne? If you know what I mean. Bloß eine Frage stelle ich mir jetzt noch. Eine Frage stelle ich mir jetzt. Obwohl, ne, ich stelle mir gar keine Frage. Wir fahren mit der Bahn. Ich habe eine Idee. Und zwar wollte ich fragen, was ist mit dieser... Mit dem vereisten... Genau, mit der vereisten Seilbahn da vorne. Aber ihr seht es jetzt schon. Äh, ich glaube, wir werden die jetzt auftauen. Ich wollte gerade sagen, wir werden die mit Sicherheit irgendwie auftauen können. Und dementsprechend habe ich jetzt mal gedacht, vertraue ich einfach mal auf den Levelverlauf. Wir machen jetzt einfach mal weiter. So, kann ich hier irgendwas tun? Ne. Ich kann mit nichts interagieren, nichts anfassen. Nur hier. Und da kann ich jetzt auf die schießen, oder was? Ja, zack, das war ein Treffer. Auch das war ein Treffer. Und das war kein Treffer. What? Sehr schön. Und ich glaube, damit ist alles aufgetaut, oder? Ja, da ist eine... Ah! In der Kiste, die wir auftauen müssen. Die wir nur von hier auftauchen. Oh. Ganz heißer Anwärter. Wie die Kohle. Auf den Platz fürs letzte Juwel. Oh, das könnte gut sein, Freunde. Das könnte des Rätsels Lösung sein. Oh. Hello. Luigi. Du mich hören. Schön, ja, Misere. Diese Gondel. Wohl, so schnell nicht mehr. Völlig hinüber. Du musst sie, Stucht ohne Bank, überqueren. Ah. Echt? Danke, Professor, ihr geht, äh, für deinen wertvollen, für deinen wertvollen Tipp. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass die, dass die nicht mehr fährt. Oh, aber schaut mal, das hier hätte ich auch auftauen können. Da ist ganz viel Eis an diesem Pfosten, was ich auch hätte wegmachen können. Ist da ein Juwel drin? Oh, doch, doch, doch. Safe fällt dann der Baum um. Und dann komme ich da hinten zu dieser Hütte. Wobei, es könnte auch nur so eine Sonderhütte sein, wo wir Geld bekommen. Aber vollkommen egal. Äh, das ist auf jeden Fall ein Secret, was ich jetzt nicht, äh, unübersehen lasse. Also entweder in der Kiste oder bei dieser Tür da hinten. An einem der beiden Orte wird sich hoffentlich das letzte Juwel befinden, ne? Und dann sind wir ready für den Boss. Dafür müssen wir jetzt aber nochmal ganz kurz hier drauf schießen. Oh, mit einer Kohle alles drei wegbekommen, oder? Ja. Baum fällt. Sehr schön. Good Job. Wann, ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl. Das war wirklich Panne für mich. Das war so ein Schockmoment. Als ich dann gesehen habe, wie viel mir fehlt. Aber es war auch ein bisschen fies. Aber ich wurde auch gewarnt, es wurde auch gesagt, in Villa 4, da ist das mit den Juwelen alles nicht so einfach. Du musst dann wirklich in jeder Mission, jeden bereits begangenen Raum nochmal anschauen. Und das ist halt so ein bisschen das Tricky-Gave. Weil ich hatte das Gefühl, dass das eben davor nicht so ganz der Fall war. Da konnte man sich so drauf verlassen. Okay, ich finde die Juwelen immer nur in den neueren Räumen, die ich bereise. Bam! Und hier geht es jetzt rein und es ist eine Schneeballschlacht. Oh shit. Wen oder was muss ich treffen? Muss ich euch treffen? Okay. Oh leu, wie soll ich denn die treffen? Äh. Irgendwie werden die nicht automatisch anvisiert. Aber. Doch, jetzt. Nee. Ich darf nicht nach oben zählen. Oh scheiße, ich will es nicht verkacken. Please, please, no. Ich muss die ganze Mission nochmal spielen. Okay, aufgepasst. Ja. Bam. Okay, erster Treffer. Da wird Geld ausgespuckt als Belohnung. Zweiter Treffer. War riskant, weil es war nicht irgendwie, es war nicht dauerhaft anvisiert. Aber passt. Und jetzt nehme ich mir sogar die Zeit, warte den Schuss ab und schieße jetzt erst. Er kommt nicht. Was ist das denn? Der ist total oft verschwunden. Das ist, das ist zum Heun. Wenn da jetzt das Juve war, Freunde. Müssen wir die ganze Mission nochmal spielen. Dann habe ich jede, da habe ich jede Mission der Villa, da habe ich jede Mission dieser Eisvilla mindestens zwei bis dreimal gespielt. I'm triggered. Ich bin, ich bin sehr getriggert. Wir haben jetzt auch diesen kleinen Hoffnungsschimmer, dass das Juwel in dieser Kiste drin ist. Da hinten ist schon wieder König Buhu, holy shit. Aber ich halte die, ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr gering. Ja. Ich darf die Mission, ich darf alles noch. Oder? Oder vielleicht finde ich hier noch was. Aber wie gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr, Freunde. Oh, da drüben ist viel Geld. Okay. Luigi hat das mit dem Goldbarren mitnehmen ein bisschen zu ernst genommen. Okay, ich will jetzt nicht meine Laune versauen lassen. Aber mit der Villa werde ich, glaube ich, echt nicht Best Friends. Mal wieder rüber. Da vorne ist irgendein experimentierfreudiger Geist. Was auch immer da abgeht. Mhm. So, wir schauen uns hier erstmal ganz in Ruhe um. Das ist aber nichts, ne. Ich schaue gleich durchs Fenster. Ich schaue aber erst noch hier rein. Oh, was geht denn hier ab? Okay. Was ist das denn für ein skurriler Ort? Luigi, ich hoffe, bei dir ist alles Ordnung. Du, es ist in den Wartungsraum geschafft. Vermus. Dieser Generator. Die Tür des Werkhauses. Die Wurzelstation mit Strom. Du, ihn unbedingt in den Betrieb setzen. Ah, okay. Ich muss wirklich sagen, also deine Tipps sind wirklich mit Abstand die besten, Mann. Was würde ich nur ohne deine Tipps tun? Ah, da oben kann ich eine Bombe reinfeuern. Okay. Ich weiß nämlich genau wofür. Oh, warte mal. Der schallt da oben wieder raus. Was ist das denn? Was muss ich denn jetzt hier tun? Nee, ich kann nur Bomben da hochfeuern. Okay. Wenn ich da reinfeuere? Ah, da kann ich da das Eis sprengen. IC. IC. Und dann passiert da irgendwas. Was? Ja. Jetzt läuft der Generator da nämlich wieder. Aber wenn ich jetzt in die Mitte reinschieße, dann fliegt der auch wieder einfach nur durch. Und wenn ich da reinschieße, dann hängt der da so in der Mitte fest. Aber keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Ah, das feuert das dann da hin. Okay, kapiert. Ja. Dann kann ich das Eis sprengen. Dann muss ich hier da noch, wo ich jetzt hin leuchte, eine Bombe hinfeuern. Und dann kann ich an das andere Eis da auch noch rankommen. Ja. Und dann passt. Aber das Schöne ist, ich darf ja alles nochmal machen. Das ist ja das Angenehme, ne? Das ist ja... Das ist ja... What? Hä, warum ist denn das jetzt... Moment mal. Hä? Hallo? Äh, Bombe? Was ist denn mit dir los? Warum ist denn das jetzt nicht mehr da drüben? Ach so, weil ich das Eis da gesprengt habe in der Mitte. Und dann hat es wieder rüber, rüber gebetonnet. So, jetzt. Zack. Und jetzt läuft der Generator wieder, Guys. Jetzt sind wir hier wieder am Start. Boom. Und der Strom fließt wieder. Okay, irgendwas geht da draußen ab. Irgendwas ist da draußen. Wow. Okay, wir stecken fest. Da sind die Schnee runtergekracht. Holy moly. Und ehe ich... Komm, hören. Ach, du eingeschneit. Gut, dass die Kamera draußen... Ich kann dich schnell zurückholen. So, du dich schnell aufwärme. Ach, du gegen den... Antrittst. Mhm. Und ehe ich... Das letzte Juwel hole. Die Luiz-Mensen-Aufnahme... Dauert einfach... Wird über eine Stunde dauern. Weil ich jedes Level... Ich habe legit in diesem Part, auch wenn ich es für euch gecuttet habe... Jedes Level... Mindestens einmal gespielt. Mann, ey. Fügt halt einfach so eine Level-Verlassen-Funktion ein. Wenn man alle Collectibles hat... Alles gut. Alles gut. Ich reg mich, glaube ich, viel zu sehr auf. Aber ich bin sehr anfällig auf, wenn ich permanent das Gleiche tun muss. Das ist was. Das löst bei mir irgendwas aus. Das ist so ein bisschen meine persönliche Schwäche. Das fühlt sich für mich so sinnlos nach verspendeter Zeit ein. Und dann bin ich triggert. Willkommen zurück, mein Kakar-Freund. Servus. Yeah. Zwei Juwelen. Der dicke Geist. Und der Buhu. Yeah. So, Geld ist ja mittlerweile useless. Gut, dass du den Generator wieder zum Laufen gebracht hast. Es wäre schlimm gewesen, wenn wir die Tütschen im Werkhaus nicht aufbekommen hätten. Und nun, da auch die Voxel-Sation wieder läuft, musst du nie mehr an luftigen Liften hangeln. Wir sind fast am Ziel, Luigi. Atme noch einmal tief durch und wärme dich ein wenig auf, bevor es richtig losgeht. Ich warte so lange auf dich. So, das ist so lange genug fertig zum Einsatz, mein Bester. Ja. Ich bin ready. Das Gleiche nochmal zu tun. Oh mein Gott. In der letzten Sekunde. Ich hatte noch eine fucking Sekunde übrig. Ich hab mich vor meinem inneren Auge dieselbe Mission schon wieder machen sehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Freunde. Ich bin gerade in einem inneren Herz-Kollaps. Gerade so entkommen. Das hätte heute kein gutes Ende mit mir genommen. Das wäre nicht gut ausgegangen. Ich schwör's euch. So, und unter viel Schmerz und Leid konnten wir damit die dritte Villa zumindest collectible-technisch abschließen. Nächstes Mal gibt's dann den Boss, Freunde. Okay, ich freue mich sehr auf euch und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Shorty, Cyan Kimura und Lord Ryuma sind aktuell unfassbare Ehrenmänner. Danke euch für den dicken Support hier auf dem Zeitkanal.